auch heute heiße ich wieder alle car system und open car freunde ganz herzlich willkommen bei kufenau schön dass du dieses video angeklickt hast heute möchte ich dir zeigen wie die hier bei dem open car fahrzeug die infrarot rückstrahler für die abstandssteuerung angeschlossen werden da muss man nämlich auch noch was beachten die werden nämlich in reihe angeschlossen da zeige ich dir einfach mal wie ich das so mache und wieder wie ich es am optimalsten finde zuvor bevor wir dazu aber kommen zeige ich dir noch kurz wie ich hier an der britsche diese seiten markierungs leuchten angebracht habe und ich zeige dir auch wie ich die heck beleuchtung gemacht habe das alles siehst du heute in diesem video bevor wir jetzt allerdings loslegen solltest du noch kurz unten rechts hier unten rechts unter dem video auf den abo button klicken und die glocke aktivieren denn nur so verpasst du mit sicherheit kein video mehr und jetzt legen wir los die seiten markierungs leuchten werden aus 0402 leds angefertigt wie ich jetzt die drehte anlöte brauche ich euch nicht noch mal zeigen das ist ja immer das gleiche wenn ihr das wissen wollt dann schaut euch einfach das video von der frontschürze an den link gibt es wie immer unten in der video beschreibung oder hier oben im eck die vor verdrahten leds kommen jetzt an der britsche da müsst ihr mal gucken das sind so kleine weise knuppel ich blende euch jetzt gleich hier oben auch noch mal das original foto ein wie gesagt das sind so kleine weise knuppel an der britsche angedeutet und genau da kommen jetzt die gelben leds für die seiten markierungs leuchte dran wie ich das im detail mache brauche ich euch glaube ich auch nicht mehr zu sagen sekundenkleber auf mein plättchen drauf led mit der pinzette kurz hineingetaucht und dann an das fahrzeug an die betreffende stelle geklebt wer das genauer wissen will guckt sich einfach die videos zur frontschürze an da habe ich das ausführlich erklärt das ganze machen wir jetzt viermal tja und so schnell geht es ich weiß gar nicht warum da manche leute immer sagen das dauert zu wahnsinnig lange was jetzt noch fehlt ist ganz einfach die drähte sind ja jetzt noch unter dem fahrzeug da bringen sie mir recht wenig die müssen ja jetzt noch in den innenraum rein und das mache ich natürlich wieder mit einem kleinen bohrer mit der hand da bohr ich jetzt direkt hinter diesen weißen kästchen die man am anfang gesehen hat wo ich da jetzt direkt die löcher in den innenraum und sie danach die drähte durch und so sieht dann auch schon das endergebnis aus mehr mache ich da jetzt erstmal nicht die ganze verkabelung und verschaltung werde ich dann später machen wenn ich den decoder einbau weil nicht dass ich da jetzt irgendwas macht und da ist mir das später im weg machen wir auch gleich weiter mit den leds für die heckbeleuchtung das wird jetzt auch noch mal eine ganz schöne anzahl da werden zum einen die rück beziehungsweise bremslichter die blink leuchten und natürlich auch noch die leds für unsere abstandssteuerung zu den leds für die abstandssteuerung kommen wir gleich noch mal konzentrieren wir uns zunächst auf die bremsrück und blinker auch hier müssen natürlich als erstes wieder kabel angelötet werden wie man drähte an leds anlötet habe ich euch in verschiedenen videos schon mal gezeigt deshalb denke ich mal brauche ich das euch jetzt nicht mehr zu zeigen auch bei der vorgehensweise zum ankleben der leds gibt jetzt gibt es jetzt wenig überraschung ich nehme wieder mein plättchen machen trocken sekundenkleber drauf taucht die leds da kurz rein und klebe sie dann dran bevor ich natürlich die leds ankleben kann muss ich noch diese rückleuchten attrappen die da standardmäßig dran sind die muss ich natürlich noch vorher noch entfernen und erst dann kann ich mit dem ankleben beginnen beginnen tue ich immer ganz außen mit der gelben blink led also ich arbeite mich da immer von außen nach innen ja und wie gesagt kurz in den sekundenkleber getaucht dann platziert und angeklebt und halt gewartet bis er hebt natürlich sollte man halt beim ankleben immer darauf achten dass die led schön gerade sitzt ist ja aber eigentlich auch selbstverständlich ab dem zeitpunkt wo die led dann fest genug ist gehe ich immer her und wie die beiden anschlussdrehte jeweils einen nach oben weg und einen nach unten weg so wie man das jetzt hier sieht und jetzt gehe ich halt einfach her und nehmen die nächste led das ist dann in der regel die led für das schlusslicht und ja danach kommt halt noch die led für das bremslicht das gleiche müsst ihr dann natürlich halt auch noch auf der anderen seite machen und so sieht dann das fertige ergebnis aus natürlich haben wir jetzt wieder ein haufen haufen drähte die müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen schön verlegen und verstecken denn jeder der sich das fahrzeug mal anguckt soll ja nicht sehen wie ich die drähte in die britsche reingelegt habe das soll man ja gar nicht mehr sehen deshalb müssen wir die jetzt halt schön verlegen jetzt müssen wir halt gucken wir haben jetzt einmal hier drei drähte oben und drei drähte unten ja also die fassen wir jetzt erstmal zusammen jetzt gehe ich erstmal her und legt mal alle drähte hier die unten raus kommen nach hier oben da fahr ich jetzt quasi hinten rum und kippt die alle mal nach hier oben ab jetzt sieht man die dann auch sag ich mal wenn ich später dann von hier hinten guckt ja sehe ich die auch schon gar nicht so gut wie gar nicht mehr da kann man dann auch noch ein bisschen was mit schwarzer farbe machen und dann sieht man die überhaupt nicht mehr so und jetzt müssen wir halt jetzt kommen sie ja hier an und jetzt müssen wir halt irgendwie gucken dass wir das hier hinten schön so an dem sag ich mal hinter dem hinter jetzt hinter diesem leuchten hat rega leuchten halter dass wir das jetzt irgendwie hier hinten schön verlegen und befestigen und so weiter damit man die led damit man halt drähte nicht mehr sieht das ist jetzt halt in der kamera ein bisschen schwer zu zeigen ich drücke die jetzt alle mal hier hinten da ist ja noch so eine so ein druckluftkessel oder was auch immer das ist anscheinend da drücke ich die jetzt mal so hinten dran vorbei und guckt dass ich die quasi hier unten dran hier unten na komm dass ich die jetzt quasi hier unten drunter entlang legt das ist halt schon ein bisschen ein geprimmel und gemache aber ja am ende wenn man das endergebnis sieht sieht es halt einfach dann schön aus wenn man die drähte nicht mehr sieht mittels schraubenzieher und etwas sekunden kleber tue ich dann die drähte hinten befestigen damit sie quasi nicht mehr wegrutschen können und im prinzip werde ich jetzt die drähte sag ich mal wir sind jetzt mit den mit unseren drähten hier in dem bereich wo diese zwei bohrungen sind da kommen wir später diese zwei zapfen hier rein und da sind wir jetzt quasi links und rechts deshalb werde ich jetzt dann gleich hier zwei löcher rein bohren wie immer mit der hand wo wir dann quasi unsere drähte nach innen ziehen können ich finde so kann sich das ganze sehen lassen ja so kann sich das wirklich sehen lassen wir können da noch ein bisschen was mit schwarzer farbe machen und dann sieht man da nichts mehr ganz fertig sind wir hier jetzt allerdings noch nicht denn jetzt kommen natürlich noch unsere zwei infrarot sendedioden die jetzt hier hinten ja auch noch dran müssen die müssen wir natürlich jetzt auch noch zusammen noch anbauen bei den infrarot sendedioden gibt es folgendes zu beachten diese leds werden jetzt nicht parallel geschaltet sondern wie man das hier sieht werden beide leds in reihe geschaltet und auch wie bei den normalen leuchtdioden ist es halt auch hier sage ich mal bei den infrarot sendedioden so dass die eine gewisse richtung haben und da müssen wir halt darauf achten dass beide leds jetzt in die gleiche richtung zeigen weil wenn man die verdrehen dann funktionieren sie nicht deshalb fangen wir da auch gleich mal an vom draht her nehme ich da natürlich auch mal 0,1 mm dicken draht und mache einmal da ein langes teil dann nehme ich hier ein relativ kurzes stück das ist für zwischendrin wird aber auch noch mal kürzer und dann wieder ein längeres teil das ganze tue ich jetzt wieder verzinnen und dann sehen wir uns wieder und auch bei den infrarot dioden ist es jetzt genauso wie bei den fototransistoren hier haben wir so einen grünen strich ja und der grüne strich der ist jetzt wieder näher an einem pin wie an dem anderen und das ist auch meine orientierung ich gucke immer dass quasi dass ich quasi halt jetzt beide striche in der gleichen richtung habe natürlich müssen auch diese leds wieder verzint werden bevor wir die drähte anlöten als erstes werde ich jetzt den langen draht nehmen und werde den an die untere seite der led anlöten im prinzip ist es aber völlig egal ob ihr den ins unten oder oben anlötet wir müssten halt an eine seite anlöten danach kommt auch gleich der kurze draht der muss natürlich dann an die gegenüberliegende seite ist ja logisch in der beschreibung steht drin die sollen ja ziemlich dicht beieinander sein jetzt ist ja dicht also ich sage mal direkt einander löten ist nichts die sollten schon ein kleines bisschen abstand haben allerdings sage ich mal wenn wir da zu nah hier jetzt noch dran gehen dann haben wir das problem jetzt beim verzinnen dass der draht relativ schnell heiß wird und dann geht unsere lötstelle hier wieder auf deshalb gehe ich immer her und sage naja so ungefähr ein zentimeter ein bisschen mehr wie ein zentimeter lasse ich draht stehen und jetzt tun wir natürlich den auch gleich wieder verzinnen dann legen wir das neben zur seite holen unsere zweite led ja und hier gucke ich quasi dass jetzt auch wie hier schon dargestellt sag ich mal dass jetzt hier quasi der grüne strich wieder richtung nach oben geht also wieder in diese richtung das heißt mein der draht hier kommt jetzt hier unten dran und hier mache ich es jetzt so dass ich diesen draht von hier aus an hier an löte warum sehen wir dann später noch jetzt fehlt nur noch der zweite lange draht und der kommt halt ganz einfach oben hin und damit sind es quasi unsere infrarot dioden fertig vorverkabelt und können eingebaut werden und auch bei den infrarot dioden ist es jetzt wieder sehr sehr wichtig dass wir nämlich keinerlei kleber hier oben auf die dioden bringen ja weil sonst ist die abstrahlleistung quasi gestört oder die abstrahlung gestört und wir haben eine schlechtere ja eine schlechtere infrarot ausleuchtung das hinter dem fahrzeug und unsere abstandssteuerung funktioniert nicht richtig ich gucke jetzt mal dass ich sie hier in dem bereich hier anbringen das habe ich jetzt gesagt naja das finde ich gar nicht mal so schlecht den bereich hier da die jetzt schon ein bisschen hebt gehe ich jetzt einfach nochmal her und mache hier von hier oben so ein bisschen Sekundenkleber dazu durch die kapillarwirkung zieht sich quasi der kleber dann noch zusätzlich hinter die led und sorgt für eine bessere festigkeit die nächste muss ich natürlich jetzt auch ein streiten von unten weil die kann ich ja jetzt nicht mehr da rein tunken deshalb gehe ich auch wieder her mit dem mit dem schraubenzieher mache ein bisschen kleber hinten drauf nehme dann die led und positioniere sie hier so auch das ein bisschen trocknen man kann natürlich hier auch nochmal so ein kleines bisschen kleber von oben rein laufen lassen vorsichtig und jetzt sieht man vielleicht auch warum ich vorhin die led so gegeneinander gelötet habe ja ich habe jetzt hier quasi gerade noch so eine kleine kabelpeitsche bogen und den kann ich jetzt einfach hier so nach hinten weg legen so und schon ist meine led brücke drin und ich sehe sie nicht mehr die kabel werden jetzt halt auch einfach zu den anderen zwei anderen hier gelegt und damit hat es sich eigentlich brauche ich euch jetzt nicht extra zu zeigen so sieht es dann wieder aus ich muss sagen ich habe da jetzt schon ein richtiges schönes kabel knäuel wieder ach ich liebe es nicht und mit diesen bildern sind wir auch schon wieder am ende dieses videos angelangt auch dieses mal hoffe ich wieder dass euch dieses video gefallen hat wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne wieder den daumen nach oben da schreibt mir einfach auch in die kommentare immer wieder rein wenn ihr was nicht richtig verstanden habt dann versuche ich da in den nächsten videos nochmal näher darauf einzugehen beziehungsweise antworte euch da auch nochmal in den kommentaren ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute zeit und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wieder wir sehen uns im nächsten Video